Willkommen zurück bei 2dezocken, heute wieder mit einem Elex Video. Ich möchte euch in diesem Video weitere Tipps geben, die den einstiegenden Spiel erleichtern sollen. Die obligatorische Spoilerwarnung darf natürlich auch dieses Mal nicht fehlen. Wer Elex komplett auf sich allein gestellt erfahren möchte, der muss jetzt leider abschalten. Den ersten Tipp, den ich euch geben möchte in diesem Video ist, checkt eure Einstellungen von Elex. Und zwar funktionieren Schwierigkeitsgrade in Elex nach verschiedenen Schablonen, die vorgefertigt sind. Zu finden unter Optionen und Schwierigkeitsgrad, wenn wir ihn zum Beispiel auf Normal stellen, dann werden die unteren Punkte mit folgenden Intervallen eben aktiv. Problematisch ist nur, wenn ihr auf Normal spielt, das werden wir meistens wahrscheinlich tun, dann steht ein Nahkampffokus auf Auto, bedeutet es wird automatisch fokussiert. Ich finde das ist ein Riesenproblem, gerade wenn man gegen mehrere Gegner kämpft. Wenn man den Schwierigkeitsgrad auf schwer stellt, ist er auf manuell. Ich würde ihn immer auf manuell stellen. Bedeutet, ihr könnt einfach auf den Schwierigkeitsgrad Normal gehen und den Kampfmodus dann auf manuell stellen. Denn mit den vorgefertigten Schablonen ist es so, dass sich das Spiel manchmal mit dem Schwierigkeitsgrad schwer einfacher anfühlt, als mit dem Schwierigkeitsgrad normal. Aber manuell und automatisch ist bestimmt auch eine Gewohnheitssache. Schaut euch an, was euch besser gefällt. Nur falls ihr die Option nicht kanntet, bitte schaut es euch an. Ich finde es zehnmal leichter, wenn ihr den Nahkampfmodus auf manuell stellt. Die nächste Einschreibung, die ich euch zeigen möchte, betrifft die Tastaturbelegung auf dem PC. Denn Ausweichen ist standardmäßig am PC nicht belegt. Selbstverständlich haben wir unsere Ausweichrollen mit W und WS. Aber zum Beispiel die großen Bergrollen, die die Steine werfen. Denen können wir mit der Rolle leider nicht entkommen. Die werden einen eigentlich immer treffen. Ausweichen schaut am PC dann so aus. Mit diesem kleinen Ausweichschritt können wir auch den großen Steinbrocken entkommen, die die Unholde schmeißen. Zu finden ist die Option unter Optionen, Tastatur und Maus, Tastenbelegung und hier bei Ausweichen. Ich habe es mir auf STRG links gesetzt. Wie gesagt, standardmäßig ist das hier nicht zugewiesen. Ganz wichtig, schaut euch an und belegt euch die Taste so, wie ihr es für am geschicktesten haltet. Der zweite Themenbereich, den ich in diesem Video behandeln möchte, dreht sich um Attribute und Fähigkeiten. Wir schauen uns kurz das Attributsmenü an und hier ist der Infotext zur Stärke als exemplarisches Beispiel. Sie erhöht deinen Nahkampfschaden. Das suggeriert dem Spieler, wenn ich den Punkt auf Stärke ausgebe, dann schlage ich auch stärker zu und der Gegner verliert mehr Leben pro Schlag. Das ist aber gelogen. Die ganzen Attribute haben keinerlei Auswirkungen auf den Charakter und sind nur dafür da, um Fähigkeiten lernen zu können zum Beispiel. Die haben auch Attributspunkte, die benötigt werden, damit man die lernen kann. Oder eben für Waffen, damit man sie anziehen kann. Stärke, Geschicklichkeit hier als Beispiel fehlen uns noch einige Punkte, um diese Waffe tragen zu können. Bedeutet, der Text hier ist völlig irreführend und man sollte nicht die Attributspunkte skillen, weil man zum Beispiel stärker zuhauen möchte. Man sollte wirklich gezielt darauf achten, welche Waffe, welche Fertigkeit möchte ich als nächstes tragen bzw. erlernen und daraufhin Attributspunkte ausgeben. Genauso bei der Geschicklichkeit. Hier steht, sie erhöht deinen Fernkampfschaden und es stimmt einfach nicht. Wenn wir aber einen Bogen haben, der zum Beispiel 90 Geschicklichkeit braucht, dann könnt ihr selbstverständlich Attributspunkte darauf setzen, erhöhen und wenn ihr dann die benötigten Attributspunkte habt, könnt ihr auch den Bogen benutzen. Aber der Text hier ist einfach falsch. Er erhöht den Fernkampfschaden nicht. Die Computerspielzeitschrift GameStar hat sich schon an den Entwickler gewandt. In der Entwickler ist Piranha Bytes und Piranha Bytes hat auch geantwortet. Ich zeige euch hier jetzt die Antwort vom Chefentwickler Björn Pankratz. Für Interessierte kann ich den ganzen Artikel auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch das ganze Thema nochmal anschauen mit Attributspunkten und dem Thema, dass diese keinerlei Auswirkungen auf den Charakter haben. Vom Punkt Attribute kommen wir nun zu dem Punkt Fähigkeiten. Denn es gibt Fähigkeiten, auf die solltet ihr euch am Anfang besonders spezialisieren. Diese erleichtern euch das Spiel am Anfang ungemein. So gibt es hier den einen Punkt, den ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar wäre das beim Punkt Überleben, den Punkt Tiertrophäen. Dieser Text bedeutet, erlaubt ihr besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Klingt erstmal unspektakulär. Es ist aber so, dass jeder Gegner, den ihr jetzt tötet, auch kleinere, was später kaum noch Erfahrung bringt, euch klauen und andere nützliche Gegenstände hinterlassen. Und diese könnt ihr für Unmengen Geld verkaufen. Ich bin Level 9 und habe überhaupt keine Probleme mit meinem Elixit. Es ist so, man sollte wirklich darauf achten, Attributspunkte, die sowieso dem Charakter keinerlei Vorteile bringen, dahingehend auszubauen, dass ihr am Anfang auf jeden Fall mal die Tiertrophäen auf 2 heben könnt. Was auch noch sehr wichtig ist, ist der gute Esser. Gerade am Anfang sind Heiltränke rar gesät. Hier könnt ihr euch dann mit rohem Fleisch, das ihr zubereitet, zu gebratenem Fleisch über Wasser halten. Was ich auch noch sehr wichtig finde, sind die extra Hitpoints und die Ausdauer. Man hält einfach ein bisschen mehr aus und man kann auch dauerhaft die Ausdauer steigern, damit man mehr ausweichen kann und auch mehr Schläge am Stück dem Gegner zuführen kann. So einfacher seine Komboleiste füllt und auch große Schläge einfacher aneinander reihen kann. Alle Tipps, die ich in diesem Video gegeben habe, beziehen sich auf die Spieleversion 1.0.2846.0. Der Patch ist am 27.10. erschienen, das sage ich nur dazu, weil vielleicht ist ja seitdem schon wieder ein Patch rausgekommen, gerade was die ungünstige Formulierung der Attributspunkte betrifft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht war das eine oder andere dabei, was ihr noch nicht kanntet und was euch den Spieleinstieg jetzt erleichtert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Elex-Spielen und schönen Abend. Ciao.